Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal BitcoinTrading.de. In dem heutigen Video analysieren wir den aktuellen Bitcoin US-Dollar-Chart und wir besprechen die neuesten Bitcoin-News und Onchainedaten. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Wir befinden uns auf dem aktuellen Bitcoin US-Dollar 4-Stunden-Chart und wie ihr wisst haben wir hier ja auch zwei Trading-Setups besprochen. Wir hatten hier dieses symmetrische Triangle. Unser erster Entry war hier der Retest von dem symmetrischen Triangle und dann hier oben nochmal der Retest auf die 42.000 Dollar Marke. Beide Trades sind ja aktuell noch im Profit. Der erste Entry ungefähr 11% und der zweite Entry hier auch ungefähr 7%. Neben diesen zwei Trading-Setups hatten wir dann auch noch das Logos-Algo-Signal. Hier hatten wir ja auch dann in dem Moment, wo wir hier aus dem symmetrischen Triangle ausgebrochen sind, ein Long-Signal und ihr seht auch hier oben haben wir ja schon die 45.000 Dollar Marke erreicht, was hier unser erstes Preis hier war, was wir in dem letzten Video besprochen haben, um hier nochmal Teilprofite eben zu realisieren. Aber was jetzt interessant ist, wenn wir uns hier diesen Breakout anschauen, sehen wir aktuell eine ähnliche Situation, wie wir sie gestern in dem Ethereum-Video besprochen haben. Denn ihr seht, wenn wir hier einmal die Tiefsets miteinander verbinden und auch hier oben drüber die Tops einmal miteinander verbinden, haben wir ja auch hier ein Rising-Redge-Pattern. Das haben wir ja gestern in dem Ethereum-Video hier auch auf dem 4-Stunden-Chart besprochen. Demnach besteht hier die Möglichkeit, dass wir nochmal eine kleine Korrektur sehen. Ihr wisst ja, das Rising-Redge-Pattern hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, bearish auszubrechen. Demnach wäre dann hier nochmal ein Retest runter auf die 42.000 Dollar Marke möglich. Das heißt natürlich, wie auch in dem Ethereum-Video, es gibt hier keine Garantie, dass dieses Pattern bearish ausbrechen muss. Es ist nur eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es eben bearish ausbricht. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass wir hier oben einfach weiter seitwärts laufen und dann hat sich das Pattern erledigt. Es geht mir nur darum, eben hier darauf hinzuweisen, falls wir hier eine Korrektur nochmal runtersehen sollten auf 42.000 Dollar, dass ihr dann eben wisst, dass sich hier nur dieses Rising-Redge ausgespielt hat und dass hier dann eben keiner in Panik gerät. Denn wenn wir jetzt auch direkt auf den Tagesschart wechseln, sehen wir eben, wenn wir runterfallen sollten nochmal auf die 42.000 Dollar und sich eben hier dann das Preistarget unseres Rising-Redge von dem 4-Stunden-Shart ausspielt, wäre das eben hier nur nochmal ein Retest auf die letzten Hochs. Ihr seht, das war hier bei 42.000 Dollar. Das heißt also, wir hätten dann hier ein Retest auf die letzten Hoch und könnten die dann immer noch davon bouncen und nochmal die 45.000 Dollar angreifen. Und demnach hätten wir dann hier auch wieder nur, genauso wie bei Ethereum, ein höheres Tief geformt. Das heißt auch hier, solange wir nicht unter die letzten Tiefs, die jetzt hier bei 40.000 Dollar auf dem Tagesschart liegen, runterfallen, solange gäbe es hier keinen Grund zur Sorge, selbst wenn wir eben Bearish aus dem Rising-Redge ausbrechen sollten. Ansonsten, wie ihr wisst, achten wir hier auf dem Tagesschart, auf unser aufsteigendes Triangle. Wir möchten jetzt hier wirklich die Bestätigung sehen. Einmal den Breakout über 45.000 Dollar, dann den Retest hier auf unsere wichtige Resistance-Zone von 45.000 Dollar, dass wir hier die vorherige Resistance also als Support bestätigen. Und dann rechnen wir damit, dass sich hier das Aufsteigen der Dreieck hier ausspielen wird. Die nächsten Preise sind dann hier einmal die 50.000 und die 54.000 Dollar. Ihr wisst ja, bei unserem RSI hatten wir schon den Breakout. Wir warten jetzt hier noch auf den Breakout, auf den US-Dollar-Shart. Und für alle, die dann hier für einen Entry raten, eben um hier mittelfristig eine Long-Position zu eröffnen, die können dann eben hier den Retest kaufen auf 45.000 Dollar. Und wie gesagt, die nächsten zwei Preissele sind dann hier 50.000 und 54.000 Dollar, die wir dann mittelfristig nach dem Retest erwarten. Und auf dem Wochenchart, auf dem wir uns jetzt befinden, hier warten wir noch auf die mittelfristige Bestätigung unseres Aufwärtstrendes. Das bedeutet also, wir möchten sehen, dass wir hier es nochmal schaffen, genauso wie nach der 50-Prozent-Korrektur im Sommer, dass wir einen Breakout über die 1.500 EMA sehen, diese als Support bestätigen. Dann sind wir meiner Meinung nach hier bereit, die Aufwärtsbewegung weiter fortzusetzen, in Richtung der 50.000 bis 60.000 Dollar. Ihr seht, momentan sind wir hier über der 1.500 EMA. Das allein reicht aber nicht. Wir brauchen hier wirklich den Retest auf die 1.500 EMA, müssen die 1.500 EMA nochmal Support bestätigen, um mir dann wirklich die nächste Aufwärtsbewegung hinzulegen. Das haben wir ja schon in dem letzten Video besprochen. Das bedeutet also zusammengefasst, ich bin weiterhin zu dem jetzigen Zeitpunkt seit 40.000 Dollar long und ich lasse hier auch nach wie vor nochmal eine Position offen. Ich habe bei 45.000 Dollar Teilprofit realisiert. Mein Stop Loss ist auf Break Even und ich würde demnach auch hier erst meine Position schließen, wenn wir wirklich nochmal auf dem Tagesschart unter die letzten Thieves, also unter die 40.000 Dollar fallen sollten, dann wäre ich hier erst nochmal auf der Seitenlinie. Solange dies nicht geschieht, werde ich ja weiterhin long positioniert bleiben und nachdem wir hier dann den Retest auf die 45.000 Dollar gesehen haben, werde ich meine Position nochmal drastisch erhöhen, da ich eben dann damit rechne, dass wir wirklich die 50.000 bis 54.000 Dollar erreichen können. Kommen wir jetzt zu den Bitcoin News und hier sehen wir auch den wahrscheinlichen Grund, weshalb Bitcoin momentan so stark am steigen ist, denn die Luna Foundation hat bekannt gegeben, dass sie Bitcoin in Höhe von 10 Milliarden Dollar kaufen werden und den Grund dafür erfahren wir auch hier in einem Twitter-Post von Duke One, das ist ja der Co-Founder von Terra Luna und er hat hier bekannt gegeben auch nochmal, dass sie eben hier ihren Stablecoin UST mit 10 Billionen Dollar in Bitcoin neben den Luna Token hier als Sicherheit, also als Collateral hinterlegen möchten. Damit möchten sie das erste P2P Electronic Cash schaffen, was mit Bitcoin gedeckt ist und demnach auch interessanter ist zu halten, da eben hier dieser Stablecoin im Gegensatz zu der Konkurrenz nicht mit Fiat-Währungen gedeckt ist, sondern eben dann mit Bitcoin. Das ist natürlich auch den Vorteil, dass es dann leichter wird, in dem Alltag mit Bitcoin zu bezahlen, denn momentan hat man das Problem, wenn man eben direkt Bitcoin benutzt und der Bitcoin-Preis steigt, dann hat man ja so gesehen einen erhöhten Preis für seine Güter bezahlt. Wenn man jetzt für 40.000 Dollar etwas kauft für einen Bitcoin und Bitcoin verdoppelt sich, dann hätte ich ja im Nachhinein 80.000 Dollar für die Güter bezahlt und hätte mir die doppelte Menge kaufen können. Hier hat man das Problem nicht, da im Stablecoin immer ein Dollar wert ist und demnach ist er dann auch einsetzbar im Alltag. Also hier wirklich meiner Meinung nach eine geniale Idee und die Terra Luna Foundation, die hat auch schon angefangen erste Bitcoin zu kaufen. Sie haben jetzt als erstes teilt sie vor, 3 Billionen Dollar zu kaufen, in den nächsten Monaten dann die Reserven hier zu erhöhen bis auf 10 Milliarden Dollar und momentan sehen wir auch schon hier, das Wallet der Luna Foundation hält hier auch schon 21.000 Bitcoin im Wert von ungefähr einer Milliarde Dollar. Sie kaufen momentan ungefähr täglich für 125 Millionen Dollar Bitcoin und wenn sie dann diese 10 Milliarden Dollar hier aufgekauft haben und das noch schaffen, bevor Bitcoin 50.000 Dollar erreicht haben, werden sie ungefähr 200.000 Bitcoin halten. Also hier deutlich mehr als Mackey Saylor. Also hier wirklich eine gewaltige Menge an Bitcoin, welche dann hier von der Luna Foundation aufgekauft wird. Des Weiteren haben wir hier auch noch sehr bullische Bitcoin-Onchain-Daten. Wir konnten jetzt hier sehen, dass in den letzten Tagen nochmal Bitcoin im Wert von 2,6 Milliarden Dollar von den Börsen abgehoben wurden. Das sehen wir hier nochmal. Das waren also jetzt ungefähr 61.000 Bitcoin, welche innerhalb von 15 Tagen von den Börsen abgezogen wurden. Ihr seht hier wirklich den massiven Abfall in den letzten Tagen, obwohl man natürlich auch sagen muss, hier sind höchstwahrscheinlich die Käufe der Terra Luna Foundation auch mit einbegriffen. Das muss man im Hinterkopf behalten. Nichtsdestotrotz hier ein gewaltiger Abfluss von den Börsen und wir sehen auch, dass hier der Bitcoin-Supply auf den Börsen ein 39-Monats-Tief erreicht hat. Da sind wir hier auch nochmal besser in einer Grafik. Ihr seht, das sind jetzt hier noch ungefähr 2,5 Millionen Bitcoin auf den Börsen. Diesen Stand haben wir das letzte Mal 2018 gesehen und ihr seht, hier war der Bitcoin noch weit unter 10.000 Dollar. Also wirklich hier auch sehr bullische On-Chain-Daten. Zudem steigt hier auch die Menge an Bitcoin, welche die Miner halten. Ihr seht, seit April 2021 sind auch hier die Miner schon ihre Bestände am erhöhen und das, obwohl ja Miner laufende Kosten für Angestellte haben, für Stromkosten und natürlich auch für ihre Mining-Hardware. Das bedeutet also, dass hier die Miner auch noch von einem steigenden Bitcoin-Preis in der Zukunft ausgehen und sie deswegen bei 40.000 Dollar jetzt noch nicht bereit sind, hier ihre Bitcoin-Reserven abzuverkaufen. Des Weiteren sehen wir auch, dass hier der illiquide Supply immer weiter zunimmt. Ihr seht, ungefähr 14,5 Millionen Bitcoin werden jetzt hier schon von Long-Term-Hotler mit einer geringen Verkaufshistorie gehalten. Also auch hier wirklich enorm, wie hoch der illiquide Supply mittlerweile schon angestiegen ist. Und zudem wissen wir ja auch, dass momentan schon 8-mal so viele Bitcoin von den Long-Term-Hotlern aufgekauft werden, also akkumuliert werden, als über den Bitcoin-Mining-Reward neu auf den Markt kommen. Also sehen wir schon jetzt, dass wir hier eine deutlich höhere Nachfrage an Bitcoin haben als das aktuelle Angebot, um sich wirklich auch hier nochmal zu verdeutlichen, wie knapp Bitcoin wirklich ist. Finde ich, haben wir hier eine sehr interessante Auflistung. Wenn jeder Mensch auf der Welt einen Bitcoin kaufen würde, könnte jeder nur 0,00244 gerundet Bitcoin halten. Das bedeutet also, wenn man jetzt 0,01 Bitcoin hält, was ja relativ wenig vielleicht dem einen oder anderen vorkommt, wäre das schon 4-mal so viel, wie eben der Durchschnittsbürger kaufen kann. Hält man 0,1 Bitcoin, hätte man das 40-fache des Durchschnitts. Wenn man einen ganzen Bitcoin besitzt, hat man sogar hier das 400-fache. Also hier wirklich nochmal eine sehr gute Verbindung, wie knapp Bitcoin ist. Das war es schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir in diesem Video ein Mehrwert bieten konnte, würde ich mich extrem freuen, wenn du mich jetzt kostenlos unterstützt und meinem Kanal ein kostenloses Abo da lässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.